Das ist Martina Holz. Sie ist Kinderärztin im Eifelstädtchen Daun. Im Sommer 2015 hat sie die Praxis ihrer Vorgängerin übernommen, die in den Ruhestand gegangen ist. Ich habe meine Ausbildung gemacht im Krankenhaus, wie fast jeder. Habe dann überlegt, wie es weitergehen soll und habe den Mut gehabt zu überlegen, wie es denn wohl in einer Praxis sein könnte. Wir können das jetzt nicht von Haus aus, und das kommt ja leider auch in der Ausbildung nicht vor. Und hätte dann auch dort, wo ich auch herkomme, aus dem Saarland, in eine Praxis mit reingehen können. Und habe aber gedacht, guckst du noch mal, ob es noch was anderes gibt. Und da ich auch Verbindungen nach Köln habe, weil ich dort studiert habe, habe ich beschlossen, die Eifel liegt in der Mitte, und das ist so schön hier. Und habe einfach mal geguckt, welche Kinderarztpraxen es hier gibt, und die durchtelefoniert eines Tages. Da können wir dich einmal drehen, dass ich deine Vorderseite noch zueinig bekomme. Hallo, guten Tag. Gerade bei meinem Beruf ist es so, bei den Kindern, dass das eine ganz andere Perspektive ist wie im Krankenhaus. Im Krankenhaus ist es sicherlich bei allen anderen auch. So sieht man immer die Schwerkranken. Aber bei Kinderärzten geht es viel um Vorsorgen. Und man lernt quasi die Kinder manchmal schon am ersten Nebentag kennen und begleitet sie, bis sie 18 irgendwann sind und dann groß geworden sind. Und bei meiner Vorgängerin war es sogar so, dass dann die Töchter noch mal kamen und schon dann auch die Kinder noch mal brachten. Das heißt, es ist ein ganz anderer Einblick auch, ein ganz anderer Umgang mit Krankheitsgeschichte, ein ganz anderes Patientenverhältnis, Arzt-Patienten-Verhältnis, wenn die mich von klein auf kennen. Für Martina Holz ist die Arbeit in der Praxis der logische Schritt ihrer Ausbildung. Doch nicht alle Kollegen aus dem Krankenhaus konnten das verstehen. Die Niederlassung? Das ist für viele junge Mediziner keine Perspektive. Das Image? Zu schlecht. Das ist nicht positiv besetzt. Ich kenne wenige, außer meiner Vorgängerin, die ganz begeistert davon erzählen, wie es in ihrer Praxis ist, wie ihr Alltag war jetzt. Die haben ja meistens 30 Jahre Erfahrung und das in einem positiven Licht auch darstellen. Und dabei ist es das. Die junge Kinderärztin tritt in große Fußstapfen. Ihre Vorgängerin war sehr beliebt. Doch mit ihrer offenen und freundlichen Art hat Martina Holz schnell die Herzen der großen und kleinen Patienten gewonnen. Du kannst mir gefallen. Du kannst den Luftballon mal ein bisschen aufpusten. Dann höre ich besser. Puste mal. Und Luft holen. Geht dir so schwer. Geholfen hat sicherlich auch, dass Martina Holz von ihrer Vorgängerin eingeführt wurde. So konnte sie den Praxisalltag von der Pike auf lernen. Ich sah für mich den Vorteil, einfach noch alles mitzunehmen, was ich lernen kann. Weil viele Dinge kennt man eben auch aus dem Krankenhaus ganz praktisch nicht, wie die ablaufen, was man da macht. Und ich denke, das hat auch dazu geführt, dass es so ein Teil war, die Vorgängerin schenkt mir ihr Vertrauen. Das heißt, es ist okay, wenn mir auch die Patienten ihr Vertrauen schenken. Du bleibst ganz still sitzen und ich gucke ganz vorsichtig rein. Martina Holz ist die Schritte in die Niederlassung konsequent gegangen. Auch wirtschaftlich wollte sie keine Überraschungen erleben und hat von Anfang an den Niederlassungsservice der KV Rheinland-Pfalz in Anspruch genommen. Ich habe relativ viel Unterstützung auch durch meine Vorgängerin erfahren, die mich aber auch zum Beispiel an jemanden von der KV weitergeleitet hat, die hier schon mal geguckt hatte wegen der Wirtschaftlichkeit der Praxis, die mir im Grunde wegen des gesamten Businessplans total geholfen hat und mir da die Zahlen ausgerechnet und das tabellarisch dargestellt. und mir sehr geholfen hat. Also da musste ich mich jetzt nicht hinsetzen und selber gucken, wie sind die Gewinnprognosen für fünf Jahre, sondern das wurde alles mit Unterstützung erstellt. Einmal die Hände ein bisschen halten. Ja, zeig mal, was deine Zähne machen. Die Arbeit macht ihr Spaß. Martina Holz hat die richtige Entscheidung getroffen. Und sie genießt die Freiheiten, die ihr die Niederlassung bietet. Freiheiten, die man aufgrund von Diensten im Krankenhaus nicht hätte. Ich habe freie Wochenenden. Ich habe immer Frühdienst. Ich habe keine Nachtschicht, Spät, irgendwas wechselt. Ich muss nicht von einer Stelle zu anderen fahren, weil Krankenhäuser mehrere Stellen betreuen. Also das ist wesentlich entspannter von den Arbeitszeiten. Es gibt so viele Ideen, was man alles machen könnte. Die Leute sind hier froh über alles, was man anbietet. Und das kann man natürlich nur, wenn man mit mehreren Leuten zusammenarbeitet. Zusammenarbeitet.